Um sich für den Ort zu entscheiden, an dem man ankommen und leben will, braucht es genau einen guten Grund. Und dieser Grund bist du. Finde deinen neuen Lieblingsort, den besten Platz für dich und deine großen und kleinen Träume. Deine Familie, deine Kinder, dein Beruf, deine Bestimmung. In einer der faszinierendsten Städte Deutschlands, im Herzen Europas. Görlitz, Europastadt, Filmstadt, Barock und Moderne. Stadt der jungen Familien und der Zweisprachen. Eine Brücke zwischen Kunst und Kulturen, Natur und Geschichte, Wissenschaft, Forschung und Zukunft. Und vielleicht schon bald die Brücke zu dir selbst.